Ja, und herzlich willkommen hier zu The Floschi. Ich bin euer Floschi und präsentiere euch ein Let's Play Together hier mit dem FrankieHai1988. Ja, Hallöchen, wie geht's euch, Leute? Ja, wir spielen hier eine Champions League mit Real Madrid. Zuerst wollten wir das gegeneinander machen, aber dann hätten wir das Ganze nochmal neu aufbauen müssen. Und da ich das schon aufgebaut hatte, spielen wir zusammen Real Madrid und hoffen, dass wir ins Finale kommen. Ich bin auch Madrid, haha. Natürlich wollen wir die Partie simulieren. Und ich simuliere ihn. Zack. Mal gucken, wie gut ich bin. Ich hab das lange nicht mehr gespielt, so zu zweit. Oh, wolltest du noch was machen? Ne, ne, alles okay, ich wollte nur gucken, aber mein Pro ist nicht mit dazwischen. Dein Pro? Ja. Heißt du denn auch The Floschi? Nein, da heißt die Sheldon. Sheldon? Wer bin ich denn schon wieder? Du bist... Ich bin rot, oder wie? Ah, okay. Mal gucken, ob ich gegen dich treffe. Und? Oh. So, einmal ist es. Ich bin gut im Tor. Ich bin voll schlecht im Tor. Also da im Spiel. Ja. So, unser erstes Spiel gegen... Ajax Amsterdam. Real Madrid hier die Ausstellung. Oh. Da war es ein bisschen zu schnell, aber ich weiß, dass das Ajax Amsterdam, glaube ich, war. So, ich bin der blaue Spieler. Achso, und ich bin rot, okay. Guck mal, ich bin voll grotten schlecht, siehst du das? Alter Verwalter. Wir haben das Ganze hier auf Profi. Ja, das wird richtig interessant, Leute. Nee, das war nichts. So, wie schon gesagt, ich bin der rote Typ hier, der da, der da gerade angreift. Guckt. Der Neger, äh, der Schwarze bin ich, Entschuldigung. Ich weiß ja nicht, ob ich rassistische Wörter nehmen darf. Darfst du schon, du musst halt nur... Ähm, äh... Scheiß, ah, oh Mist, nein. Dazu sagen, dass es halt nicht ernst meins ist. Alles Spaß. Ich bin kein Rassist. Ihr könnt den Floschi fragen. Der Floschi war das. Oh, das war meiner Schritt. Achso, ich bin rot. Oh, Mann, da muss ich erst mal klarkommen mit. Ja, ich dachte vorhin auch, dass ich blau, äh, rot wäre. Hier, ich bin... Ah, schau. Nein. Ey, das war, das war ein Tick zu schnell. Oh. Kein Thema, alles geregelt. Oh, Flo. Was denn? Bald ist gerettet. Hier außen, außen, außen. Ja. Jetzt, jetzt, jetzt. Kein Thema. Oh nein, ich bleib' noch schön. Hier. Oh, shit. Achso, das. Ah, ich wollte gerade drauf schießen. Wir präsentieren das übrigens auf deinem Kanal, habe ich so überlegt. Vielleicht werde ich ja dann auch noch bekannter. Das denke ich mal. Ich werde dich auf jeden Fall in jedem Video verlinken mit. Und jetzt schießt, schießt, schießt. Ach, schade. Das geht auch in der Ecke. Na, guck mal, du dir. Ach, ich mach's, du dir okay. Ich kann sie hoffentlich auch. Mal gucken. Los, oh. Oh, das gibt wie die Ecke. Also, da geht's, das war bis zu dir. Der Mann, Frau, was auch immer. Ach so, du, du schon wieder? Ah, Mann. Ganz ruhig. Oh, oh. Oh, das war ich, glaube ich. Ja, ich habe ihn so ein bisschen gedrängelt. Ah, okay. So lange es keine gelbe gibt. Oh, Bayern gegen Napoli, 1,0 schon. Hier, Christian Ball. Das war auch nett, danke. Wenn wir schön passen. Na, Christian noch? Ah, schade. Aber wir kriegen Freistoß, glaube ich, oder? Oder kriegen wir die? Abseits, du standst am Abseits. Sieben, das ist die Minute. Noch halten wir uns relativ gut, würde ich sagen. So, da. Nikidira hat den Ball. Ah, ich hätte es mal außen spielen sollen. Ja, wollte ich eigentlich auch. Massen. Oder kriege ich den noch? Oh, ho, ho, Entschuldigung. Wollte eigentlich Flanke machen. Ein Wurf. Aber das ist irgendwas vorgefallen. Da gibt es... Er war das, glaube ich. Gelb für... Burekter. Burekter, was hat er denn gemacht? Da. Ja, das ringt. Ja, okay, ganz klar. Gegen Khedira. Mau. Da hört man die Katze. Oh, was war das denn? Na, der war gut. Ich wollte eigentlich in den Strafraum rein. Hast du über den? Ja. Ah. Ah. Immer steht da irgendein Vollidiot. Aber es gibt wie der Ecke für uns. Ist da jemand verletzt, oder? Ne. Was hat alles in Ordnung? Ach so, ich dachte schon. Nur Ecke für uns. So, und? Och, und es gibt wie der Ecke für uns. Das war eigentlich, habe ich die falsche Taste gedrückt, merke ich gerade. Ich habe die Flanktaste gedrückt. Da bin ich. Ach. Noch halten wir uns ja relativ gut. Ja, das muss ich auch sagen. So, geh in die Mitte rein. Geh in die Mitte. Ich sollte mal wieder FIFA spielen. Was ist mir eigentlich nicht mehr gedrückt? Naja, doch letztens mit einem Kollegen zusammen, aber... So, vier Minuten Nachspielzeit sehe ich gerade. Oh, oh, oh. War das noch ein Strafraum? Ne, ne, war auch sei. Da brauchst du keine Angst haben. Was? Ich wollte schon sagen, ich dachte, der hat hinten gezogen. Das hieß ja rote Karte. Aber sie doch nicht. Da bin ich. Ich stelle ich irgendwie... Uuuuh. Der war knapp. Der war knapp, ja. Aber gut geschossen. Ja. So, und wer ist das denn? Eber, du, das bist du. Und der Abpfiff kommt? 0 zu 0. Spannende erste Halbzeit. In der Madrid und Ajax. Und ich würde sagen, das war eine spannende erste Halbzeit. Ja, wir hatten viele Torchancen. Aber die auch. Ja, wir hatten aber mehr. Oh, es haben einige gespielt. Ahlburg sogar. Okay, die waren zwar nicht in der Champions League dabei, die haben ich aber reingetan, weil da halt sieben Mannschaften fehlen. Aber das kann man leider nicht ändern. Oh, Entschuldigung. Kein Thema. Das war aber mein Fehler. Den werde ich aber auch versuchen auszubügeln. Und auch nicht. Oh, auch nicht. Habe ich schon wieder falsche Tasse gedrückt. Aber, ich hole ihn mir. Ah. Gibt aber ein Wurf für uns. Kann es sein, dass das manchmal ein bisschen komisch ist? Wie meinst du das? Ja, ich wollte flanken und der wollte aber nicht so richtig, wie ich wollte. Äh, das hat FIFA so an sich. Ah, typisch FIFA. Das kenne ich auch zu gut. Oh, das ist so gut. Ja. Man, ich kriege ihn auch nicht mehr. Oh. Glück gehabt. Oh, Herr. Jetzt. Herr Sprinter doch. Warum Sprinter nicht? Muss hier um, ne? Ja, der hier. Er, keine Ahnung, was ist das? Ja, R2. Hast du ihn? Ne, ne. Ne, ne. Ne, ich habe leider nicht. Ah, scheiße, ich muss aufpassen. Aber ich. Aber ich. Schlag mich gar nicht mal so schlecht, glaube ich. Na, okay. Da war jetzt ein bisschen blöd. Ja, ja. Oh. Wir retten die Dinger noch in letzter Sekunde. So. Ah. Ey, das war doch ganz klar ein Faulu. Mist, Schiedsrichter. Mist. Ja. Schiedsrichter, wir wissen, wo du wohnst. Ja. Wir gehen zu FIFA hin und beschweren uns. Wir machen ihn eiskalt auf der Gamescom fertig. Nein. Ja, genau. Wir sind übrigens beide heute im Laufe des Abends irgendwann in Köln. Ach, nee, morgen früh eigentlich, ne? Na, du musst ja in die Vergangenheit sprechen, ne? Ach, Entschuldigung. Äh, wie muss ich das denn sagen? Dass wir auf der Gamescom waren. Ach so. Und den Schiedsrichter fertig gemacht haben. Nein. Dann müssen wir das so machen. Ah. 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 Ey, da stehen noch immer irgendwelche Leute im Griff. Ja, ja, schlimm sowas. Pass auf. Oh. Ey, das gibt es nicht. Ajax will das echt wissen. Schieß uns jetzt erstmal weg damit. Oh, shit. Ich wollte da noch vorbeigehen. Oh, das hat doch nicht so geklappt, wie ich wollte. Warte. Ey, jetzt fahren wir uns ja sehr warm. Oh, gut gemacht, Casillas. Dann warnen wir auf der Gamescom. Mal gucken, wie sie wird. Oh. Ah. Sieht man, dass sie wirklich Profi sind. Ajax will uns ganz klar ärgern. Ja, definitiv. Ich weiß nicht, ob ich den Typen da folgen soll. Hätte ich mal machen sollen. Ah. Oh nein. Also, die werden von Minute zu Minute stärker. Ja. Oh. 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 Wenn wir nicht abspielen will, ey. Das ist zum Kotzen. Typisch wie ich. So. Ach so, ich hab zu mir selber gefasst. Das ist ja genial. Ich mach in die Mitte. Oh. Das hätte unser erstes Tor werden können. Die Flanke war soweit nicht schlecht, aber irgendwie... Nee, der Torwart kam. Der Torwart kam. Gut raus. So, 87. Minute. Hä, wie wechsle ich denn nochmal den Spieler? Ja, komm, komm, komm. Jetzt, schieß. Oh. Oh. Aber war abseits, glaube ich, oder? Ah, es war abseits. Verdammte Scheiße. Gegen den Pfosten. Habt ihr das gesehen? Das war ich. Ich Loser. Oh, die wechseln aus. Für eine Minute. Geil. Ja, was? Na? Jetzt muss es schon... Ah, shit. Da hätte ich mal einen langen Pass machen sollen. Ah. Das ist diese Taktik-Dingsbums da, ne? Kann das sein? Ja, kann sein. Ja, Real Madrid gegen Ajax. Spielende 0 zu 0. Ja, soweit war es, glaube ich, keine schlechte Partie. Zwei Pfosten oder beziehungsweise ein Pfosten, ein Latte-Schuss. Darf man das so sagen? Ja. Kasilas ist unser bester Spieler mit 6,7. Wey, wir waren eigentlich auch nicht so schlecht fahndlich. Ne, eigentlich nicht. Aber das ist typisch FIFA, glaube ich, also... Oh, Torjäger ist Zanetti mit einem Tor von... Keine Ahnung, ich kann das so scheiße erkennen. Ja, ansonsten... Mit einem Tor, oder was meinst du? Ja, wie Joes Bosing war... Achso. Tosik, Ibrahamovic, Augustinus, Tosik... Ja, da haben einige ein Tor. Du meinst den Verein, oder wie? Ne, das sind die Spieler. Also, hier sind die ganzen Spieler, die alles schnell ein Tor haben. Deswegen hat Torjäger. Ne, ich meine, was du nicht sehen kannst. Ja, einige Zeichen sehe ich jetzt. Ich glaube, das müsste Inter Mailand sein, wenn ich das von hier... Ne, das hier meine ich. Das ist AC. Ach, ich blick da nicht durch. Ja. Oh, das kann ich... Das ist, glaube ich, Inter. Zanetti spielt, glaube ich, bei Inter. So. Bayern München ist Erster. Puh. Inter ist Erster. Manchester... Manchester City ist Erster. Olympic Lyon ist Erster. Chelsea ist Erster. Und wir sind Letzter. Echt jetzt? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ne, wir sind... Dritter. Achso. Aber bei uns hat noch keiner gewonnen. Alle unterentschieden. Nur, dass wir kein Tor haben. Alborg. Erster. Wow. Und Barcelonas Erster. Naja, das war's dann vom ersten Part. Und tschüss.